Ganz herrlich, warum hat Geld so eine Bedeutung im Leben? Warum hat Kapital Macht hier eben? Es ist schade, es gibt um einiges Wichtigeres. Kapitalismus zerstört Menschen, so ist es nicht. Hart und ungerecht, wenn ich darüber nachdenke, denn die eigentlichen Werte sind in dir Geschenke. Jede Grenze wird überschritten, wenn's ums Geld geht. Gesetze werden umgeschrieben, es ist das, was in der Welt zählt. Die richtigen und wichtigen Werte trägt jeder in seinem Herzen. Bücher und Rollen gegen die eigentlichen Schmerzen. Jeder Mensch ist gleich in diesem Weltreich. Wirst du zerstört, warst du einfach zu weich. Eine Schande, diese Bande der Gierigen, die irgendwie nie den eigenen Hals voll kriegen. Das eigentliche Wahre, Wahre im Sein, ist stärker als Platin und komplett jeder Sandstein. Geld ist Papier, erschaffen um zu morden, erschaffen um die Welt zu sprengen. Morgen und heute, Tiere und Leute gehen deswegen zugrunde. Und das einzige Komische daran, im Bunde, was leidet, ist diese wunderschöne Kugel aus Wasser und Land. Wir ficken uns selbst seit Jahrhunderten. Brand und Bomben, Familien und Kinder, von Amerikaner bis zum Inder. Alles wird von Tag zu Tag schlimmer. Kinder lernen, es von klein auf. Das Einzige, was zählt, ach komm, scheiß drauf. Um zu überleben, um reicher zu werden, müssen teilweise ganze Völker aussterben. Länder werden in Kriege gestürzt. Und viele tun so, als wären sie dann auch noch bestürzt. Geld ist Papier, was sind die Werte hier? Kapitalismus, Mann, ist der gut oder schlecht? Vieles deswegen ist einfach nur unecht. Ihr wisst es doch, wie ich, ich habe bei diesem Thema recht. Geld ist Papier, was sind die Werte hier? Kapitalismus, ist der gut oder schlecht? Wahnsinn, was das Papier für Macht hat. Was das Metall aus manchen Menschen gemacht hat. Das eigentliche Liebe und Respekt, Nettigkeit und Loyalität sind komplett nur weg. Nur durch Geld und Macht erreicht man heutzutage, war's Wahnsinn, wie aus Leuten Tiere werden. Aus Menschen, die lieber sterben und jedes Gebot gebrochen wird für die, für die Weltreserven. Fracking in den USA ist die krankeste Scheiße der Welt von L.A. bis nach Myanmar. Ausbeutung in Katar oder Bangladesch. Ganz ehrlich, ich weiß, ich habe bei diesem Thema recht. Eine einzige Krise des Geldes wegen und irgendwann wird der kommende Hurricane Regen. Im Leben zählen Dinge, wie Anstand und Würde. Die Massen ab Menschen sehen, als wäre es eine zu große Hürde. Ich zermürbe mir auf den Kopf, weil ich weiß, dass er hat auf das Falsche gehofft. Lebensziel erreicht, Lebensziel halt. Es ist so krass krank wie die wahnsinnigen Zeiten. Es wird so bleiben, das, was ich schreibe, beschäftigt mich. Kannst du nicht mehr zahlen, lässt dich jeder im Stich. Ein Strich durch die Rechnung, die nicht aufgeht, weil irgendein Dreck irgendwo draufsteht. Geld ist Papier. Was sind die Werte hier? Kapitalismus, man ist ja gut oder schlecht. Vieles deswegen ist einfach nur unecht. Ihr wisst es doch wie ich, ich habe bei diesem Thema Recht. Geld ist Papier. Was sind die Werte hier? Kapitalismus, ist der gut oder schlecht? Ich habe und lebe und lebe und hatte. Denn diese Kacke, die läuft, macht mir überhaupt keine Platte. Ihr könnt mir fänden, was zu fänden ist. Ihr könnt mir nehmen, was zu nehmen ist. Doch eins verspreche ich, meine Seele. Meine Seele kriegt ihr nicht. Mein Sein und meine Freude am Leben kann mir nämlich keiner nehmen. Egal was kommt, egal was passiert. Von diesen Menschen wird hier einfach alles wegradiert. Das eigentliche Reiche des Menschen ist das Gewissen. Und viele denken, es wäre cool, beschissen zu sein. Nein, denn das ist es nicht. Am Ende des Tages weißt du, du bist das nicht. Oder willst es nicht sein? Jetzt soll mir mal einer sagen, ich sei mit meinen Gedanken nur klein. Meine Lyrics sind lang und gleichen Geschichten, weil ich viel zu erzählen habe. Das müsst ihr endlich wissen. Was meint ihr, wie oft ich schon mitbekommen habe? Dass Menschen sich veränderten wegen des Geldes Gehabe. Traurig glaubte ich doch an das Gute im Menschen. Ich ziehe sie komplett selbst, meine Grenzen. Billige Menschen orientieren sich daran. Der Mensch an sich hat einen eigenen Fahrplan. Neid und Missgunst bestimmen Leben. Bringen selbst reiche Menschen nur noch zum Beben. Eines Tages wird das jeder selber merken. In seinem eigenen, im eigenen Herzen. Geld ist Papier. Was sind die Werte hier? Kapitalismus. Gut oder schlecht. Viel ist deswegen unecht. Ihr wisst doch. Ihr wisst es wie ich. Ich habe bei diesem Thema einfach nur Recht. Geld ist Papier. Was sind die Werte hier? Kapitalismus. Gut. Gut oder schlecht. Und zwar nicht. Wii U. Kapitalismus. Wir sind die Werte hier. Wir sind die Werte. Wir sind die Werte. Und zwar nicht. Das wäre ein Downs. Ich habe das. yersloggerät.